Heute auf der Demo in Karlsruhe. Du bist der Veranstalter von dem Ding heute? Genau, ich bin Jonas von Safety Internet und ich habe zusammen mit einem Freund die Demo hier angemeldet in Karlsruhe. Wie viele Leute werden ungefähr erwartet? Das ist eine gute Frage. Wir haben etliche Zusagen bekommen, wir haben aber auch etliche Absagen bekommen. Es kann von 100 Leuten bis 1000 Leute alles dabei sein. Das heißt, wie lange wird die Demo gehen? Die Demo wird gehen bis maximal 18 Uhr. Wir laufen hier am Stephanplatz los, laufen über das Bundesverfassungsgericht und gehen dort zum Marktplatz, wo wir dann weiter stehen bleiben und demonstrieren werden. Und jetzt noch ein paar Worte an unseren wunderbaren Freund, Herrn Axel Voss. Lieber Axel Voss, schön, dass ich schon wieder was zu dir sagen kann. Ich glaube, ich habe eigentlich schon wirklich alles 500 Mal in deine Richtung gesagt. Meine Kollegen haben das ebenfalls gemacht. Ich kann nur noch einmal sagen, wir sind 5 Millionen Leute. Wir haben keinen Bock auf diese Reform. Urheberrecht ist uns wichtig. Wir sagen ganz klar Yes to Copyright. Aber wir sagen nicht auf so eine marode Art und Weise. Hashtag nie wieder. Hashtag nie wieder CDI. Sehr schön. Also, wir laufen von hier aus los über die Waldstraße. Ja, ne, das ist gut. Gut, die Route geht folgendermaßen. Wir laufen die Waldstraße entlang Richtung Bundesverfassungsgericht. Da liegen wir dann... Über den Platz der Grundrechte laufen wir dann zum Marktplatz, wo wir dann wieder eine Kundgebung haben, wo hier dann auch auf dem Laster Reden stattfinden werden. Also, haltet euch vor allem an die Ordner, wenn ein Ordner euch sagt, dass ihr euch woanders hinbegeben wollt oder euch von der Demo ausschließen sollte, falls ihr missbaut. Was ich nicht hoffe. Dann hört bitte auf die Leute. Die sind weisungsbefugt. Ansonsten müssen wir uns diesbezüglich an die Polizei wenden. Ansonsten kann ich wirklich nur noch sagen, seid laut, habt Spaß und zeigt dem EU-Parlament, dass ihr keinen Upload-Filter wollt. Nie mehr CDU! 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 Noch eine kleine Anzeige an euch, ganz kurz. Wir haben hier vorne ein Banner, das mussten wir selbst improvisieren. Denn das eigentliche Banner, das wurde gestern bedruckt und heute versendet. Ganz großartig. Dafür habe ich Express-Versand bezahlt. Wir werden uns jetzt mit dem Banner einmal hier rumbegeben. Und dann könnt ihr uns einfach folgen. Habt Spaß und seid laut! Wir haben uns jetzt bei Jungs verloren. Ja, ist mir egal. Aber wir haben uns jetzt bei Jungs verloren. Ja, ist mir egal. Aber der hat ein Ticket, das musst du wiederfinden. Alter, ist hier viel los. Läuft einfach hinterher. Wir sind keine Bots! 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 Karlsruhe bleibt Stur gegen Zensur! Karlsruhe bleibt Stur gegen Zensur! Karlsruhe bleibt Stur gegen Zensur! Karlsruhe ist Stur gegen Zensur! Karlsruhe Stur gegen Zensur! Wegen Zensur! Karlsruhe bleibt Stur gegen Zensur! Wir sind keine Bots! 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 Schön, dass alle gekommen sind! Herr Präsident, prosecution und die Ja schön schön, dass ihr alle gekommen sei um gegen den Artikel 13 zu demonstrieren. Ich will euch heute keine Märchen erzählen. Märchen wollten uns andere weismachen. Leute, die unsere Freiheit mit Upgrade-Filtern schneiden wollen. Diese Menschen behaupten, wir sind alle Bots. Sind hier irgendwelche Bots? Nein! Wir sind keine Bots! Das sind Märchen. Es wird behauptet, Konzerne hätten uns vorgeschickt, um ihr Gewissen zu sichern. Das sind Märchen. Wir demonstrieren hier. Winzen, 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 Winzen! Wir demonstrieren hier für den Erhalt des freien Internets. Ein freies Internet ist unser gutes Recht. Ja! 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 Es wird behauptet, wir wollen unseren Künstlern das Brot wegnehmen. Das sind Märchen. Es gibt vielerlei Arten von Künstlern. Auch im Internet gibt es Kunst-Kulturschaffende. Wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Niemals. Wir sind für das Urheberrecht. Aber Ableitfilter sind der falsche Weg. Nein zu Ableitfiltern. Deswegen demonstrieren wir heute friedlich, aber konsequent auf dem Stephan-Platz. Aber nicht nur in Karlsruhe, in ganz Deutschland stehen heute Menschen für das Recht und ein freies Internet ein. Wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen. Oma 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 ab. Großartig, dass Sie hier sind. Freut uns wirklich riesig. Dankeschön nochmal. Abonniert die Kanal! Ja genau, ich sag's nochmal, dass alle hören. Sorry, unser Ton nichtFEker, zensiert mich ein bisschen. der mag eben sein internet wie sein kaffee immer schön gefiltert ja liebe marmeladen oma vielen vielen dank dass sie hier sind es freut uns wirklich alle sehr dass wir auch leute haben die sich für uns aussprechen und das ist nicht wirklich immer nur der einzelne kleine ist der laut ist sondern dass auch leute mitmachen die bekannt sind dies auch direkt betrifft die dadurch in ihrem hobby einfach eingeschränkt werden und das ist was das sollte nicht passieren im endeffekt es ist schade dass wir alle deswegen hier sein müssen aber es ist gut dass ihr alle deswegen hier seid dankeschön ich hätte echt nicht gedacht dass ich mal vor so vielen leuten rede halten darf laut polizeischätzung sind wir über 5000 leute kleiner fun fact die erste demo zu dem thema hier in karlsruhe da waren wir 30 leute wie axel forst die bilder von solchen demos sehen wird ihnen dann ganz warmungsherz weil so viele menschen bewegen oder ja ok da hat das wahrscheinlich alles geblockt dass das nicht sehen muss das kann ich verstehen es ist auf jeden fall großartig dass so viele junge leute heutzutage so großartiges politik verständnis haben traurig ist es einfach nur dass es durch die freie des profsion durch uns zustande kommen muss dadurch dass irgendwelche hohen tiere scheiße bauen und wir uns dadurch politik begeistern müssen weil sie uns sonst unsere grundlage wegnehmen woran wir spaß haben es geht uns ja nicht nur um den upload filter es geht ja auch zum beispiel um das leistungsschutzrecht was der axel springer verlag schon vor ein paar jahren in deutschland durchgedrückt hat damit große konzerne wie google ganz ganz viel geld zahlen müssen hat sehr sehr geil geklappt es gab massiven einbruch beim springer verlag die besucherzahlen waren weg die werbeeinnahmen waren futsch google hatte nach vier tagen eine gratis lizenz geil das kriegen wir jetzt auf EU-ebene kann nur gut gehen und ihr wisst ja wie das bei filmen ist der zweite teil ist immer eher so mäßig geil und jetzt jetzt kriegen wir halt breitgreifend eine fortsetzung auf die ich mal gar keinen bock habe die besetzung gefällt mir absolut nicht aber was man sich halt fragen muss wo liegt die ursache das ist ganz klar hier soll mit hilfe des gesetzgebers ein geschäftsmodell aus den vorigen jahrhunderten einfach mal in der digitalen welt zwanghaft am leben erhalten werden und naja koste es was es wolle die großen medienkonzerne die hatten 30 jahre zeit die hatten drei verfluchte jahrzehnte das ist höher als das durchschnittsalter unserer demonstranten und sie haben es nicht geschafft sich auch nur ansatzweise anzupassen an das was hier und jetzt passiert es erinnert mich ein bisschen am polaroid habt ihr polaroid? ne ihr seid ja nicht im internet ihr seid gerade offline wie haltet ihr bot das eigentlich aus? unmöglich! reddit für memes demonstration für memes wie muss ich mir das eigentlich bei den großen tieren vorstellen? sitzen die dann da und sagen hey du dieses internet gibt es den quatsch eigentlich noch? verstehe die frage nicht ja jetzt muss halt für das ganze eine juristische lösung werden nur weil die es nicht geschafft haben die haben es nicht geschafft mit der zeit zu gehen und deshalb wollen die uns jetzt was wegnehmen was uns spaß macht nur weil die ihren verdammten job nicht hinkriegen wollen die uns unsere jobs und unsere hobbys wegnehmen wollen wir das wirklich zulassen? nein! danke für den gehörstürz gerne! hier merkt man ganz klar da haben sich politiker von axel springer von bertelsmann und sonstigen einfach vor den karren spannen lassen die realisieren gar nicht was für konsequenzen das hat aber das ist okay das internet ist neuland jaaa weil nicht mehr weil das ist wasteland ich denke wir sind eigentlich alle dafür dass künstler und journalisten gut für ihre arbeit verdient werden das ist ganz klar wir wollen alle gute newsartikel lesen wir wollen alle geile musik hören aber die umsetzung die wir jetzt haben das ist einfach die schlechteste variante auf die man irgendwie kommen konnte war ein bisschen doof merkt er selber ne? ne sie merken es eben nicht die wollen das auch nicht und axel voss behauptet immer oh da kommen ja gar keine gegenvorschläge bullshit mein team von safety internet ich war doch selbst im telefonat vorbei als wir ihm mehrere gegenvorschläge gebracht haben die wir ihm gesagt haben wie es besser geht was man anders machen muss ist wohl nicht passiert kam wohl nicht an der hat wohl das fax nicht gekriegt der hat noch zu wenig nachden der voss benutzt internet explorer axel voss benutzt kein internet explorer der hat noch netscape und gratis aol internetcd's in gefahr darauf euch hinmal ein bisschen zu langweilig ich gebe euch mal ein kleines detail aus dem leistungsschutz nicht es soll nach klick bezahlt werden ich verlinke etwas und soll für jeden der draufkriegt soll ich als mensch der das verlinkt geld bezahlen ihr merkt selber der händler muss den kunden bezahlen das funktioniert sehr gut glaube ich hat sich auch so bis jetzt durchgesetzt und das problem daran ist zitate sind urheberrechtlich geschützt ab drei worten das heißt wir fördern clickbait journalismus ist das nicht toll das europaparlament hat die urheberrechtsreform verabschiedet was dann geschah wird euch schockieren selbst der internationale journalistenverband ist gegen diese richtlinie gerade die die angeblich davon profitieren sollen die die anscheinend damit endlich mal fair entlohnt werden sollen die sind dagegen ähm ne ihr merkt selber ne da stimmt irgendwas nicht die nächste katastrophe muss ich euch glaube ich nichts erzählen über diesen bescheuerten uploadfilter ich glaube da wisst ihr alle schon vollkommen wie bescheuert das eigentlich ist da müssten theoretisch lizenzen mit jedem menschen auf der welt abgeschlossen werden jeder von euch ist urheber jeder der mich hier jetzt filmt ist urheber dieses materials jeder der mich filmt muss mich erstmal um erlaubnis fragen habt ihr alle nicht löscht das bitte mit diesem neuen gesetz soll die user für das was auf der plattform passiert nicht mehr haften sondern die plattform selbst unser internet konnte nur entstehen weil plattformen aus der haftung raus sind und derjenige der das material verbreitet haften kann so wie es eigentlich sein soll und damit machen die unser web kaputt wir stehen hier definitiv vor der zentur und leute wir haben nur noch ein bis zwei tage zeit um die abgeordneten davon zu überzeugen dass wir das nicht wollen stopp die zentur 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 jetzt war eine ich würde mal sagen mehr als zwei wagenladungen voller Leute drei badewannen voll schätzungsweise vier fußballfelder im besten war es halt für deutschland jeder von uns ist betroffen wir müssen allen leuten klar machen dass es sie auch alle betrifft wir müssen den verantwortlichen zeigen dass wir das nicht wollen vor allem den kandidaten für das europaparlament wir müssen ihnen zeigen dass sie nicht wählbar sind wenn sie dafür stehen geht hin sprecht das thema mit den leuten an zeigt ihnen wie wichtig das für uns alle ist macht ihnen klar dass die leute nur wählbar sind wenn sie dagegen stimmen noch mal wir alle also wirklich wir alle vom team es ist wahnsinnig stream euch übrigens gerade live ja 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 ja